Der 1. St. Galli ist für mich Heimat. Wenn ich die Liebe bekomme von der ganzen Stadt und die Fans, die unglaublichen Fans, die wir haben, mit jedem Spiel diese Leidenschaft, diese Unterstützung, diese Kraft, diese Energie und diese Emotionen, die uns auf dem Spielfeld gibt, ich bin hier noch nicht fertig. Hi liebe FC St. Galli Fans, ich habe nochmal meinen Vertrag drei Jahre verlängert und es freut mich riesig. Hoop St. Galli!